so und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge plans versus zombies battle von neighbor will heute wieder mit marne und wir spielen diesmal auf der zombie seite einen der neuen charaktere und zwar den wie heißt er 80er action star oder sowas hält und ja ihr seht schon wie ultimativ krass mein aim ist der ist grundlegend von schusszeug her hans aus overwatch also man kann den schuss aufladen desto länger man ihn auf der desto mehr schaden macht halt man kann ja anscheinend nicht unendlich halten okay das habe ich auch gerade bemerkt dann kann er noch ja das konnte ich jetzt nicht zeigen weil ich zu schnell gestorben bin ich kann nur mal unaufgeladen mit dem schießen ich kann nicht aufladen das hat sich sofort wieder zurück na der kann auf jeden fall noch so ein tnt ding werfen was dann explodiert der kann noch so drei raketen schießen und sich auf so ein großes raketen ding darauf setzen und dann noch mal mehrere viele raketen schießen ungefähr so ja ich hab sogar jemanden getötet könnte sein ja ich muss mir angewöhnt dass ich mit dem nicht nachladen muss nein da waren von feuerschnapper nein wie heißt das ding noch mal drachenmäulchen das ist übrigens immer noch die zweite online-runde die wir gespielt haben also wir sind immer noch nicht sonderlich eingeübter voll mit dem braucht man glaube ich um irgendwas gut schaffen zu können dann nehme ich nicht nur sehen meine fähigkeiten oh ja ich habe jemanden getroffen nein es wird er mir geklaut was ist das denn alter das vergiftet hier hä ein niederhealing oh was war hier aber ich blick gar nicht durch so warte ich muss das rennen auch öfter benutzen und irgendwie habe ich die ganze zeit so ein scheiß gift sound nein ich kann man nicht direkt unter mich schießen aber egal oh man das war dumm alter so dass so viel aushält ich brauche dringend heilung ich kann ja nicht spielen ich kann mit dem auch nicht mit der spätigkeiten schaden machen immer finden einfach leckt es so hart bei dir oder was oder es lebt gar nicht so sehr aber es funktioniert halt nicht aber warum egal dann spiel du irgendwas anderes ich showcase die dinger ja deswegen nein weil damit die wochen halt wirklich eben so es war glaube ich dumm nein war es nicht okay nice ich habe jemanden getötet ja so mal sehen wie funktioniert das jetzt oh gott ich ja ich bin glaube ich tot wie bin ich noch nicht tot ja what the fuck hier habe ich so lange da oben überlebt ich habe die sonnenblume fast gehabt irgendwie ist das movement hier war so richtig komisch weil die sich alle so übelst buggy anfühlen so achso wir müssen den punkt ja noch umkämpfen stimmt ja dann gehe ich mal rein würde ich sagen so die fähigkeit mag ich bis jetzt am liebsten mit der habe ich bis jetzt am meisten geschafft ich weiß nicht was die raketen machen ob die zielsuchend sind oder so was macht das hier vom ingenieur ich weiß es nicht oh gott alter a extra zeit wir haben doch schon eingenommen oder nicht ah ich weiß nicht was ich hier macht nein ich bin tot die scheiß erbse oder ja immer nur erbsen alter haben wir den punkt eingenommen ja also wir kennen die maps natürlich auch noch so gar nicht deswegen habe ich keinen plan mann alter ich mache die alle dauernd aber ich kriege die kills nicht der kräer hat das ganze neis ja ich bis jetzt noch nicht ausprobiert das muss man machen ja leute für euch auch als information wir spielen jetzt erstmal oder ich spiel jetzt erstmal die ganzen neuen charaktere weil ich glaube das ist so das interessanteste auch getroffen hat man freut sich über jeden schuss den man trifft ich weiß nicht ob das flächenschaden macht ich schätze mal nachdem ist er explodiert so dahinten ist irgendwie eine erbse oder so ach stimmt schnappern wir jetzt einen fernkampf angriff ein need healing wissenschaftler heil mich zwei schaden macht der schuss schon irgendwie krass oh ja rein schießen und hoffen dass man kill bekommt oh gott nein der pilz alter der pilz der ist zu krass ein need healing wissenschaftler hallo zu mich heilen oder nicht so ich weiß auch ja ich lebe irgendwie die ganze zeit noch und ich weiß nicht warum ich habe hier auch nicht genau wie dieses dynamit funktionieren soll als ob ich den nicht getroffen habe ja alle meine maus sensitivität geht so hoch wenn ich in diesem scheiß modus da bin oh fuck nein schnapper ah also ich weiß dass ich das so nach hinten tun kann wenn ich renne ja 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 ich habe drei ich nicht glaube ich aber es ging gerade einigermaßen ab ich habe halt auch nur drei kills aber ich habe hier immer noch nicht was dieses wie dieses scheiß dynamit funktioniert so warte was ist wenn ich normal stehe also er wirft es nach hinten okay er wirft es immer nach hinten ich dachte der wird es noch nach hinten wenn man rennt okay dann ist es wahrscheinlich irgendwie so für hier falls einer hinter dir ist und du ihn loswerden willst so nein der schnapper misst hier sind wahrscheinlich schon so ultra pros in dem spiel das seit release übelst suchten wo ist der schnapper hin ich renne auch mal nach da oben da sind schnapper alter das scheiß da macht nur zehn schaden oder so ja als ob der wird doch alle kills werden mir immer geklaut nein als ob nur fünf schaden puh alter die eichel die ist ja fast down jetzt ist sie schon wieder weg die ist zu klein nein ja wenigstens das habe ich getroffen oh oh nein oh ich habe mein tnt nein ich habe einfach nur irgendwas gespammt wie läuft es bei dir ja ich kann nicht vernünftig damage machen nummer eins weil bei mir jetzt im bild ist dass the dark one death online ist ja ist schon frustrierend äh und das geht nicht weg weil origin bei mir ein scheiß fehler hat nummer zwei mache ich pro schuss 15 schaden wenn ich snipe weil meine schadensanzeige die steigert sich halt beim piraten jetzt auch und ihr geht halt nicht höher ja ja nein oh man also dieses dynamit finde ich bis jetzt so ultra unnötig so das bringt ja nichts außer wenn du verfolgt wirst das dann wirfst und der typ dumm genug ist um nicht weiter zu rennen oh wir müssen das zeug ja einnehmen ups extra zeit los alle rein ich gehe eigentlich den einzigen wo ich irgendwas reißen kann meine drohne nein ach komm wie treffe ich denn nichts ach die sind ziel suchen die raketen ok anita heilung nein der drache alter ja stirb ach der war noch nicht tot oder wie ja komm das machen wir ich brauche heilung alter da ist heilung ja die rosie ich bin ihre ziege ausgewichen alter alter hier geht so viel ab gerade aber das wollte ich eigentlich nicht ich wollte eigentlich diese raketen schießen also ich weiß nicht irgendwie haben die gerade irgendwas verfolgt das habe ich gesehen also ich nehme an sie sind irgendwie doch zielsuchend ich kapiere es nicht so wirklich aber wir haben einen mech hier drin das ist nice was ich habe ja einen schnapper gehört alter ich bin verwirrt dieses gift das kommt vom schnapper ich dachte die ganze zeit dass irgend so eine gift pflanze aber dann ist mir eingefallen dass es ja gar keine verschiedenen varianten mehr gibt hier sehr schnell rein alter müssen die extra zeit auf erhalten ja ist der mech noch drin ich weiß es nicht hoffentlich ah fuck ein schnapper aber das ist gut der superstar hier der 80 superstar der hat eine fähigkeit wo man schnappern ausweichen kann ist auf jeden Fall schön aber die haben einen baumstamm alter und einen pilz der pilz ist aber tot oh cool ich habe ihn noch getroffen nice ich werde wiederbelebt und der meiste ist tot hoffentlich habe ich dafür wenigstens eine vorlage bekommen wir haben es sogar noch geschafft einzunehmen bei uns geht es ja ab so weg mit dem baumstamm alter der ist so ein fettes ziel den trifft mir ja übel leicht mit den fähigkeiten also den kann ich schon snipen aber so die anderen wird eher schwer was ach hier stand ein kacktee rum hier stand ein kacktee rum rossi ist tot ach das ziegenzeug verwandelt dich nicht sofort in eine ziege da musst du eine bestimmte zeit lang drin stehen ja und das reift mich aus der Drohne raus echt? ja was gibt es da drüben so ich will die ganze Zeit Pfeile spammen dann fällt mir ein dass meine Pfeile ja nicht so noch nicht weit reichen ach und hier gibt es Walnuss Dinger ist ja schön wir sind jetzt bei dem Endding davon nein MG-Apps ist stärker als ich muss ich mir merken mit dem Raketen-Ding nicht gegen MG-Apps kämpfen beziehungsweise nicht frontal vor einer stehen ok war ja nicht grad ein hat sich nur angehört wie ein Schnapper saß wieder eine Erbse Alter, die Walnüsse, die fliegen ja übel weit hier. Äh, Pilz. Wo ist der Pilz hin? Ah! Nein! Alter, die Eiche. Die ist krass. Die hat zwei Eichen drauf. Oh, ich werde wiederbelebt. Oder auch nicht? Jetzt werde ich wiederbelebt. Nice. Was? Hä? Von wo, Alter? Von da oben? Ja, komm. Ah, ich habe so wenig Leben. Wo ist die Eiche? Oh, da hinten. Uff, Alter. Ich glaube, man trifft nichts mit dem, weil der so quer schießt. Und so winzige Schüsse hat. Deswegen, wenn ich so versuche zu spammen so, dann muss ich trotzdem noch ein bisschen zielen. Weil man sonst halt einfach nichts trifft. Kann ich ja nicht die Eicheln oben rausschießen von dem, von der Eiche oder beschädige ich nur die Eiche? Na ja, da kannst du ja glaube ich rausschießen. Okay. Aber das ist halt schwer. Ja. Und wenn die den Baum heilen, heilen die sich selbst. Ja. Ich versuche mal hier rum zu gehen. Vielleicht schafft man ja was. Boah, das hat absolut nichts gebracht. Achso, man muss diese Punkte jetzt hier einnehmen, oder was? Wow. Nein, cool. Habe ich mein Dinges noch geworfen? Ich weiß es nicht. Der Pilz ist übel stark. Ich bin schon gespannt, den auszuprobieren. Oh, ich habe einen Speedboost, Alter. B gehört uns. Aber die anderen zwei Punkte nicht mehr. Als ob ich sie nicht getroffen habe, die scheiß Eiche. Wo ist sie, Alter? Ja. Ja. Ja, ich glaube, man muss die anvisieren, damit... Äh... Ah! Nein! Oh, die Eiche ist kaputt. Gut. Okay, Punkt. Äh... Welcher Punkt ist das? Äh, ja. Als wären die anderen zwei wieder von denen erobert. So, komm her. Was macht der Schnapper denn? Der steht da nur rum. Ich habe nichts wieder verstanden. Oder bin ich? Ich würde gerne, wenn es noch mein letzter war. Ich habe auch keinen Plan, was man machen sollte. Ja, ich habe auch keinen Plan, was man machen sollte. Ich habe auch keinen Plan, was man machen sollte. Das ist einfach der Schrei aus dem ersten Teil von Flanzen gegen Zombies. Ja, nice. Gewonnen. Ich hatte mal wieder gar keinen Überblick, so. Das Spiel ist so chaotisch. Ich auch nicht. Ich fand es nicht so geil. War ich da irgendwo? Nö. Abschlussmeister mit 26 Kills. Warum steht der andere Typ da hinten? Weiß es nicht. So, was hatte ich? Das würde mich interessieren. 19 Abschlüsse. Puh. Das war aber schon übel krass, muss ich sagen. Ich hatte 5. Alter. 6 Unterstützung. Mega krass. Ich gehe mal wieder zurück ins Menü. Ja. Zurück in den Schwindelpark, Alter. Von dem 80's Superstar Typen da ist, glaube ich, ziemlich gut, wenn man Aim hat. Aber dieses TNT finde ich einfach komplett unnötig. Also für mich zumindest. Ich konnte damit gerade in dem Match jetzt nichts anfangen. Die anderen zwei Fähigkeiten habe ich einigermaßen unterstanden. Verstanden. Aber, ja. Geht an sich. Was lernt denn die Kacke jetzt so lang? Aber, ja. Ich hoffe, euch hat das Match gefallen, Leute. Wenn ja, dann lasst doch mal einen schmatzigen Daumen nach oben da. Abonnieren, teilen, Glocke aktivieren und, äh. Oh, mein Voice-Chat ist an. Cool. Die haben jetzt gerade ein Äh von mir gehört. Geil. Oh, die haben noch mehr gehört. Ich glaube, mein Voice-Chat ist die ganze Zeit an. Naja, egal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Tschüss. 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 Tschüss.